Wenn ich einen Kurzfilm kreieren darf, geht es darum, dass ich mich mental, geistig fest in den Kunden hineinversetze, in seine Materie, die Menschen, die dort arbeiten. Bei Jörg Plyss ist das ein bisschen komplexer, weil hinten gibt es verschiedene Kompetenzplattformen, die dann genial zusammenführen zu einer Stelle, wo sich schlussendlich Know-how-Coaching angeht. Was ist das? Wenn ich eine Idee habe für ein Produkt, den ich auf den Markt bringen möchte, gibt es einen Markt dafür? Kann ich das schützen? Wer hilft mir, weiterzugehen im Prozess? Plan B, C, D usw., Produktion, Patentieren etc. Das sind so viele tausend Fragen und da braucht man einfach wahnsinnig viel Vertrauen in jemanden, der total diskret ist und extrem viel weiss. und ein riesiges Netzwerk hat, das ist Jörg Plyss von Know-how-Coaching AG. Sehr faszinierend!